hallo leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen video von gustav colibri heute wieder mal sky wars auf dem pixel server und zwar will ich sagen ich gehe mal in der runde solo normal genau okay ich habe das granaten kit ausgewählt ein creeper ein kann ich damit eines creeper spawnen vielleicht soll ich noch schnell ich habe dings an ob die fein mal ich finde es nicht egal sieht es jetzt er ich mich oder hat das glas hat anders ausgesehen jedenfalls hier wieder mal auf dem hypixel server sogar ein bogen ist dabei hatte ich doch noch eine lederjacke genau so das mal hier hin es ist immer so immer so immer echt wo es geht direkt los ok in das glas dass sie doch anders aus ich habe jetzt irgendwie anders in einer gering noch schnell die kitsch kiste nehmen so dass auf die zwei dann kommt niemand ok 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 alles gut ist ein hündchen die blöcke nehme ich auch noch hier nennt hey hatte ich nicht die war das vorhin als ich die lederjacke noch hatte genau das gelätschi ist jetzt gleich auf mich hochkommen jetzt ist es weg hat sich weg teleportiert ja genau hier kann man doch einfach so darüber springen okay ich würde sagen auf in den kampf aber auch ein bogen mit dabei leider noch keine lederjacke oder brustplatte oder harnisch oder wie man dem auch immer sagt das kann ich alles nicht er kommt da kommt da kommt ja war der mich ernsthaft mit drei hits gekillt ok nochmals ich weiß ich bin nicht gut ich bin überhaupt nicht gut sky wars so kommt die runde sowas werden irgendwie die manchmal so zurück so das habe ich das ist perfekt das tue ich mal hierhin hierhin wollte ich das eigentlich tun so habe ich wurde schon besser im kisten luten genau jetzt fehlt mir noch den helm ich wage mich jetzt mal da auf gott mich darüber zu bauen diesmal habe ich auch zwei gold äpfel ich konnte die jetzt nicht essen ich mich mich da mal mit ein würde ich sagen der macht ja auch überhaupt nichts das gezähmt der creep nehme ich an die nach hier und die ender perle habe ich sonst noch was gutes bogen ich habe keinen bogen ok da ist mein creeper hin ok hatte unglaublich der krieger hat ihn untergeboostet falls euch das gefallen hat dieser opel keine sieg von meinen creeper hat sich das geht doch schon gelohnt könnt ihr gerne ein leicht und ein abo da lassen würde mich freuen nochmals so normal aber wieser darin den chat noob geschrieben was alles fast alles nur alex skins ein paar wenige steves und ich habe der einzigen anderen grenade granate oder wie man das auch so ausspricht keine die map ist etwas kleiner muss ich ein bisschen aufpassen vielleicht gewinnen wir so auch noch der runde so sagt 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 dass hier anziehen das will ich nicht versorgen da war doch irgendwo noch was 16 blöcke ok ja der contact ist runtergefahren ja fell into the world ich hatte dass ich ihn nicht mehr schlagen konnte habe ich jetzt falsch anbekommen hat er habe mich da jemand abgeschossen okay ich habe fallschaden bekommen hoffentlich schießt mich jetzt ihm niemand ab so es leben noch ein paar der den bogen und ich habe fast keine rüstung ich habe schneebälle ich habe schneebälle wo ist der rest eigentlich ich habe einen halb herzen zwei herzen wo ist der jetzt hin ich weiß nicht ich habe schon einen eisenhelm ich brauche langsam was zu essen hat sie irgendwo was zu essen noch darin für mich hier steaks so genau jetzt regeneriere ich auch wieder nein 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 da stehen sogar die leben drauf die zahl neben dem aha der hat noch acht leben ich habe sechs also herzen besser gesagt das stimmt nicht ich habe sieben jetzt habe ich siebeneinhalb das stimmt nicht ganz aber naja da ist er ja oh mein gott ernsthaft jetzt ernsthaft jetzt wow unglaublich ist einfach so mal runtergefallen ich habe gewonnen schon den zweiten mal in folge hintereinander finde ich so cool ja einmal von creeper runtergefallen und einmal so runtergefallen leider kein kill gemacht aber was soll's genau es gibt auch so ein laboratory das kann ich euch auch gleich noch zeigen das ist doch schon in der mitte ok immer oben das inventar sortieren dann sieht man die leute die kommen so ok es kommt niemand wieder keine jacke oder je nachdem brustplatte das wollte ich sagen ich wette fast er hat den bogen schneebälle hatte zum glück gibt's optifine ich habe aber auch ein bogen der hat was hat der für rüstung ok hat ein bisschen besser ich habe noch sechs pfeiler jetzt dort drüben kommt noch mal einer der jetzt aber runtergefahren ist dort hinten sind auch noch zwei drei drei und der da dann sind wir die jetzt die einzigen da was ist was schaust du mich so an habe ich so einen coolen skin oder was ach was die habe ich übersehen oder es ist wieder zurückgepackt es kann auch sein ich glaube ich spring jetzt schnell darüber da ist überhaupt nichts ein ok jetzt ist er bei mir jetzt verfolgt er mich wahrscheinlich jetzt nehmen auch nur noch drei oh oh ich glaube ja da kommt noch jemand oh gott ich habe den creeper gespawnt und wahll das hat ja voll gute sachen mich greift der creeper auch nicht an und ich bin fast runtergefahren genau jetzt verfolgt er mich wahrscheinlich Wenn ich jetzt die Runde auch noch gewinne, dann weiß ich auch nicht. Refilled. Das nützt mir jetzt nicht so viel. Komm, komm, wenn ich den jetzt runterschlagen kann, kann ich zwar nicht. Okay, verloren. Okay, noch eine Runde, komm. So, hoffentlich läuft dieser Runde besser. Alex Gens, da hat er recht. Komm, ich lasse einfach. Oh, das, die Map, da muss man rushen, da muss man einfach nur rushen. Schaut, dass ich jetzt das Kit nicht habe. Da, hier. Oh nein, oh nein, oh nein. Gott, ich wäre fast runtergefallen. Was, habe ich dem überhaupt Schaden gemacht? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls, was das mit diesem Video. Ich habe es euch gefallen. Dann lass doch ein Like für uns alle zwei Siege hintereinander da. Würde mich freuen. Und ja, bis zum nächsten Video.